Hallo und herzlich willkommen bei den Haas Steuernachrichten. Heute mit einem Urteil zur Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen, Ausschluss der Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen und gewerbliche Infektion. Volker übertrug im Jahr 2011 das Eigentum an einem vermieteten Mehrfamilienhaus auf seine Tochter Teresa. Die Übertragung erfolgte unentgeltlich als Schenkung. Teresa sollte allerdings an ihren Vater eine lebenslange Rente von monatlich 2.500 Euro zahlen. Teresa berücksichtigte die wiederkehrenden Zahlungen an ihren Vater von insgesamt 30.000 Euro als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Das Finanzamt bewertete die Zahlung von Teresa als Leibrente nach § 22 Nummer 1 Einkommenssteuergesetz und berücksichtigte daher am Einkommenssteuerbescheid lediglich den Ertragsanteil in Höhe von 3.900 Euro als Werbungskosten. Dagegen wehrt sich Teresa und der BfH hält die Revision als begründet. Die Übertragung von diesem Vermögen gegen eine lebenslange Leibrente ist ertragsteuerlich ein teilentgeltliches Geschäft. Die wiederkehrenden Leistungen von Teresa an ihren Vater führen in Höhe ihres Rentenbarwerts, also Tilgungsanteil, zu Anschaffungskosten und diese können im Rahmen der AFA als Werbungskosten berücksichtigt werden. Die von Teresa an ihren Vater geleisteten monatlichen Zahlungen sind daneben in Höhe des Ertragsanteils sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Der Kläger handelt mit Zucker. Er kauft den Zucker vom polnischen Lieferanten und verkauft ihn an den polnischen Abnehmer als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung in Höhe von 6.300.000 Euro. Der Kläger wies in den Rechnungen über die Lieferung des Zuckers an den Abnehmer keine Umsatzsteuer aus, sondern erteilte den Hinweis, gemäß § 13 Umsatzsteuergesetz schulden sie die Umsatzsteuer. Der Abnehmer versteuerte jedoch keine innergemeinschaftlichen Erwerbe. Im Rahmen des zwischenzeitlich eingeleiteten Steuerstrafverfahrens erklärte der Kläger, dass sich der Abnehmer durch die Lieferung des Zuckers nach Deutschland und wieder zurück nach Polen die Mehrwertsteuer sparen wollte. Und der Kläger sei ja nur für die Organisation der Rücktransporte des Zuckers nach Polen verantwortlich. Der WFH bestätigte die Ansicht des Finanzgerichts. Selbst wenn die materiellen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung objektiv vorliegen würden, ist die Steuerfreiheit für innergemeinschaftliche Lieferungen in diesem Fall ausgeschlossen. Denn der Kläger hätte wissen müssen, dass die von ihm bewirkten Umsätze mit einer Steuerhinterziehung vom Abnehmer in Polen verknüpft waren. Die 503.000 Euro Umsatzsteuer sind vom Kläger zu zahlen. Die gewerbliche Infektion, sogenannte Abfärbeteorie, ist in der Praxis von großer Bedeutung. Das Problem tauchte immer dann auf, wenn eine freiberufliche oder vermögensverwaltende Personengesellschaft teils gewerbliche und teils nicht gewerbliche Einkünfte erzielt. Dies führt dann dazu, dass die gewerblichen Einkünfte oder gewerblichen Beteiligungserträge die anderen nicht gewerblichen Einkünfte infizieren, sodass dann insgesamt alles zu Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 15 Einkommenssteuergesetz gehört. Dies ist insbesondere wegen den gewerbesteuerlichen Auswirkungen ein Problem. Allerdings führt nicht jede gemischte Tätigkeit zur Abfärbung. Der BfH hat eine Bagatellgrenze entwickelt. Danach unterbleibt eine Infektion, wenn die gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3% der Gesamtnettoerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 Euro im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. So viel für diese Woche. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.